Mein Name ist Stefan. Ich arbeite bei der TVN Group. Wie ihr seht, machen wir jetzt ein Wintersport-Event, in dem Fall die Snowboard World Cup. Die Aufgabe ist jetzt, dass wir hier die ganze Technik von uns aufbauen, die für die Fernsehvertragung benötigt wird. In dem Fall die Kameratechnik oder Bildtechnik. Alles was damit zu tun hat, da sind wir verantwortlich dafür als Bildtechniker. Das heißt, die Kameras aufbauen, verschiedene Stageboxen aufbauen, wo dann ein Signalaustausch stattfindet. Das ist alles unsere Aufgabe. Kleidung ist ein wichtiges Thema, weil wir hier im Winter draußen sind, kalt. Da ist es natürlich wichtig, dass man diese Hosen, Jacke, Knutze und so weiter. Sonst wird man einfach. Das ist schon wichtig. Das ist ja nichts passiert. Danke schön. ometime ist sie. Vielen Dank.